Hallo, also ich hoffe es geht euch gut, nicht mehr lange, ne passt auf, das muss ich euch erzählen, ich habe gerade das neue Musikvideo von Andrea Berg gesehen, ich weiß, macht man nicht, ist kein Punk und so, aber also, unten bei unten, meine Mutter online haben wir uns das Video angeguckt und so, ich sage euch nur, Sex, Sex, Boah, sowas habe ich ja noch nicht gesehen, das ist ja fast schon, Boah, das heißt, diese Nacht wird jede Sünde wert und, wenn das Gesicht nicht wäre, wäre das ja fast schon wirklich jede Sünde wert, Dankeschön, Tschüss.